Ja, ansonsten mit den Sachen, mit Mimi und so weiter und den Kopfhörern. Ich glaube, soweit sind wir damit mit dem Thema durch. Dann können wir weitergehen zur zweiten tatsächlichen Neuerung, nämlich, naja, eigentlich nicht, die Watch. Nämlich Tim kommt raus und schreit seinen Garten an, ey, neues Design für die Watch. Und ich denke mir, die ganzen Gerüchte falsch gelegen. Wir kriegen doch das neue Design. Ich habe schon Kreditkarte gezogen, Doppelklick auf Apple Pay. Und dann ist es tatsächlich das alte Design. Es kommt gleich wieder eine lange Diskussion darüber, ob das als neues Design oder als altes Design durchgeht. Sie verändern ja schon jedes Jahr ein bisschen was an diesem Design. Aber das grundsätzliche Schlauchboot-Design ist seit Anfang an gleich und das Größe ändert sich ein bisschen. Die Display-Technik ändert sich ein bisschen. Rundungen. Ja, aber so im Grunde ist es exakt die gleiche Uhr wie immer. Eine Krone, ein Knopf, links die Lautsprecher, gleicher Anschluss für die Bänder. Mehr oder weniger gleiche Form, vielleicht ein bisschen dünner. Ja, ein Millimeter bei der kleinen Größe macht auch schon was aus. Und wenn der Kristall unten ein bisschen flacher ist, das macht auch was aus. An dem Problem, dass halt die Uhr sehr weit vom Handgelenk eigentlich weg sitzt. Aber es ist die gleiche Uhr. Es ist die gleiche Uhr. Die wirkt jetzt, wenn man sie tatsächlich so, ich habe Fotos von einem Hands-on gesehen, wo Leute, die so neben der Ultra am gleichen Handgelenk sich dran gesteckt haben. Die ist erheblich gewachsen. Also sie ist schon jetzt auch groß. Also dieses Foto, dieses Foto. Ich weiß nicht, wer da... In mir, in mir, also man muss mit diesen Uhrenfotos an Handgelenken, muss man so aufpassen, weil die vermitteln keinen Eindruck der Realität. Weil ich, das ist einfach, also wer das Foto noch nicht gesehen hat, das ist ernsthaft lustig. Weil das ist halt, da hat jemand halt eine Apple Watch Ultra am Handgelenk, relativ weit vorne, also sehr nah an der Hand, am Handrücken, Handwurzel, wie auch immer man das nennt. Und es können auf jeden Fall irgendwelche Chirurgen hier, Handschirurgen irgendwelche Zuschriften mir schicken. Und dann hat diese Person halt sich noch die neue Apple Watch 10 halt daneben, also oben drüber praktisch, an den Arm oder also aufs Handgelenk oben drüber geschnallt. Und das wird halt auch aus der Gesichtperspektive sozusagen, also der Arm so ein bisschen geschickt. Und das Ergebnis in dem Foto ist einfach, dass diese Apple Watch Ultra, die man ja als vieles bezeichnen kann, aber nicht als klein, sieht aus wie so eine lächerliche Mini-Uhr. Das ist... Es ist echt albern. Und diese Apple Watch 10 oder Series 10 sieht halt aus wie so ein absolutes Monster von Uhr. Also es ist absurd. Ich gehe nicht davon aus, dass die Realität diesem Ding entspricht. Also ich habe die ersten Hands-on-Videos heute gesehen, wenn du die nur am Handgelenk von den Personen, den typischen YouTubern siehst und so weiter, wirkt es wie eine unverkennbare Apple Watch. Und ohne diesen Vergleich zu haben. Ich meine, das Video gibt dir natürlich auch nicht den Vergleich, weil du dann oft nur die Hand, den Unterarm und die Uhr siehst und du nicht weißt, was die teilweise für Pranken vielleicht haben. Aber geh mal nicht davon aus, dass dieses Foto, was du gerade gezeigt hast, dass das irgendwie die Realität irgendwie nahe kommt. Weil das ist... Also... Weil du kannst dich daran erinnern, die ersten Fotos, der Ultra von diesem Showfloor, da gab es auch... Da gab es wilde Fotos. Wilde Fotos, muss man sagen. Und gesagt, das kann keiner tragen. Ja, ja, genau. Ich meine, Apple hat teilweise auch die gleichen Bilder. Das ist ja so ein Theme der Kino, dass man einfach Sachen recycelt. Die haben alte Ultra-Bilder auch hervorgekramt, so auf dem Fahrrad zum Beispiel, die auch gigantisch aussahen, weil sie so gephotoshoppt waren und so im Mittelpunkt standen und so eine Seitenperspektive einnahmen, wo du nur die Uhr von diesem Fahrradfahrer gesehen hast. Also es war auch ein riesen Ungetüm am Handgelenk. Und wie gesagt, ich trage die... Das ist keine kleine Uhr, aber... Nicht wahr? Also das ist auch nicht das, was manche PR-Bilder gezeigt haben. Aber du siehst ja schon, dass die Gehäuse von den beiden sind sehr ähnlich groß und dann hast du halt bei der Ultra den großen silbernen Rahmen und dann den schwarzen Bezel. Und bei der Series 10 hast du halt das Display, was sehr weit in die Rundung nach außen geht und halt direkt in den schwarzen Rahmen übergeht und deswegen wirkt das halt doppelt so groß. Ja, aber es ist nur, also ich glaube, das ist nur optische Teufel. Also ich meine, wir können ja einfach als Datenblatt oder als, ich meine irgendwo, Apple muss ja auch die Abmessung irgendwo nochmal stehen haben, aber wir wissen ja, dass die Seitenlänge von der 10er ist einfach in der großen Variante sind 46 Millimeter und von der Ultra sind es halt 49 Millimeter. Also diese 10er Uhr kann sozusagen, kann einfach von ihren Datenblatt, kann die nicht verdammt nochmal größer sein als die Ultra und die Displays sind ja offensichtlich sehr nah aneinander. Also ich glaube, da ist auch klar und natürlich reicht halt das Display bei der normalen Apple Watch ja viel weiter, das hat ja praktisch keinen Rahmen oder keinen Rand mehr, während die Ultra ja einen riesigen Rand unterm Strich hat. Also auch wenn du dir die Daten gegenüberstellst, da kannst du auf Apple.com kannst du es machen und die Ultra hat einfach 49, 44, 14 und die Serie hat 46, 39 und 10. Also die sind in jeder Hinsicht kleiner. Ja, die sind in jeder Hinsicht kleiner, inklusive dünner und so weiter. Aber die Displayfläche ist bei der Ultra 1185 Quadratmillimeter und bei der Watch 10 ist es 1220 Quadratmeter. Das ist einfach ein größeres Display. Es ist ein minimal größeres Display. Und das halt wahrscheinlich auch in erster Linie, weil halt bei der Ultra dieser riesige Rahmen noch drumherum ist und das natürlich bei der 10er wegfällt. Also dieses Foto darf man, muss man sich aus, kann man aus dem Kopf schlagen. Das ist einfach Quatsch. Also es spiegelt einfach wirklich nicht die Realität. Das kann einfach nicht sein. Also ich lasse mich da auch gerne überraschen, wenn dann mal, wenn ich mir dann selbst die ans Handgelenk schmale und dann irgendwie umfalle, weil die so riesig ist, würde ich sehr drüber lachen, muss ich sagen, weil das Foto ist einfach wirklich irre. Wenn das jetzt nicht eine neue Beschichtung wäre, würdest du an dieser Animation ablesen können, welche Version das ist? Nein. Ja, es ist schwierig. Also es ist natürlich, du siehst schon, dass Mini-Design-Veränderungen, jetzt muss ich sagen, wirklich Mini-Design-Veränderungen am Gehäuse ja vorgenommen wurden. Es gibt ein interessantes Vergleichsfoto, was ich meine, auch irgendwo auf Apple.com sich versteckt, was mich nämlich erstaunt hat, weil bei Apples eigenem Vergleichsfoto, da zeigen sie praktisch den, also die Dünne des Gehäuses und vergleichen es mit der, weiß nicht mehr, S7 oder 789, genau. Ah ja, da hast du es. Und da ist es so, dass der Sensor zumindest hinten, weil ich dachte auch, dass der eigentlich auch deutlich abgespeckt hätte, weil der ja so weit aus dem Gehäuse rausragt, aber zumindest Apples eigene Animation signalisiert, dass das wirklich das Gehäuse selbst ist, was um diesen Millimeter geschrumpft ist, was interessant ist. Ich finde es halt interessant, dass das Armband tiefer sitzt. Das ist, glaube ich, der Unterschied, der es dann macht wahrscheinlich, auch wenn der Kristall genau gleich ist, ja. Ich meine, insgesamt muss man sagen, die 10er-Serie, auch wenn das nicht kein radikales Redesign ist, da stimmen einfach viele Fakten und inklusive dieser Aufteilung zwischen, du kannst es als Aluminium-Modell bekommen und du kannst es als Titan-Modell bekommen. Das sind zwei sehr deutlich voneinander, auch preislich getrennte Versionen, aber halt relativ nachvollziehbar, muss ich sagen. Und ich finde, das stimmt sehr viel an dem 10er-Modell, muss ich sagen. Wenn du nicht auf die Ultra eingeschossen bist, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen müssen, weil die auch komplett neu nicht vorgestellt wurde. Das 10er-Modell ist eine schöne Watch, muss ich sagen. Also das ist, da ist einfach viel, viel richtig. Das scheint einfach zum 10. Geburtstag auch irgendwie, auch wenn es kein komplett neues, so wie der iPhone X damals komplett anders war, eine neue optische Version war, ist es einfach ein rundum gelungenes Modell, glaube ich. Der Preis sind halt 400 Dollar, also für das kleine Aluminium oder 700 Dollar für Titan und dann kannst du, wenn du die Größe und die Farbe nimmst, dann bist du halt bei 750 für die große Titan und wenn du dann mit den Bändern anfängst, bist du bei 800 und wenn du bei den geilen Bändern anfängst, bist du bei 1000. Also, und wenn du das Cellular draufschmeißt und so weiter. Es ist, du kriegst es schon auf den Preis hoch, aber du hast auch weiterhin da das günstige Modell so halbwegs drin. Auch da das Line-Up, halt nicht die Plastik SE, die irgendwie in den Gerüchten stand, die gibt es halt nicht, sondern weiterhin das alte, relativ unattraktive Ding. SE. Ja, die SE ist natürlich jetzt ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob sich am Euro-Preis irgendwas an der geändert hat, da wollte ich nochmal nachschauen, da habe ich vergessen. Weißt du, was die Folge kostet? Weil sie kostet jetzt 250. Ja, ich habe es mir irgendwo, habe einen Screenshot, wie viel sie vorher gekostet hat, aber ich habe es mir nicht gemerkt. Insofern, die lag, glaube ich, relativ ähnlich. Wahrscheinlich hat sie vorher auch 250 gekostet. Oder 270 vielleicht. Ja, ja. Sie ist auch, unterm Strich ist sie zu teuer. Also ich meine, die müsste eigentlich unter die 200er Marke gedrückt werden und da wäre es schon lustig, da auch eine Plastikversion mal einzuführen und da könnte Apple schon irgendwie mal vorankommen. Ich bin mal gespannt, machen sie dann ja wahrscheinlich nächstes Jahr. Ja, sie haben aber, die Apple Watch SE ist jetzt auch unter Pre-Order, weil du irgendwie neue Armbänder haben kannst und die sind noch nicht raus. Ja, 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 okay. Ja, mit den Armbändern ist sowieso komisch ein bisschen dieses Jahr. Also das, glaube ich, sieht man auch, wenn man sich jetzt eine konfiguriert und die vorbestellen will, was ja schon möglich ist, dass dann sehr schnell, zumindest bei den Bändern, die ich mir mal durchgeklickt habe, da war ich auf der Stelle im Oktober. Das liegt vielleicht entweder daran, dass ich mir genau die Bänder geklickt habe, die sich jeder andere auch geklickt hat, weil das halt irgendwie die attraktivsten sind und unterm Strich irgendwie die, ja, breiten wirksamsten und damit halt einfach irgendwie sofort halt weggekauft wurden. Hatte ich in der Vergangenheit, kann ich mich aber auch immer erinnern. Es gab einfach bestimmte Apple Watch Konfigurationen, die auf der Stelle beim Vorbestellungsstart praktisch weg waren, also sofort. Und dann halt so auch wirklich um Wochen nach hinten gelegen sind, wären sie natürlich irgendwie so diese ganz klassischen Standardmodelle mit dem, was ist das, das übliche, der Standardsilikon. Irgendwie Solo-Loop oder so. Ja, also so das ganz Schlichte, was sie jetzt auch seit zig Jahren schon haben, das war immer, glaube ich, da ist einfach so eine Masse auf Halde produziert praktisch, das kriegst du normalerweise. Aber sobald du da ein bisschen anders anfängst oder irgendeinen von diesen geflochtenen Varianten möchtest, da bricht es dann sofort. Ich meine, sie haben halt einen Armband vorgestellt, das ist das beste Armband aller Zeiten. Das beste aller Zeiten. Und es kommt natürlich von Hermès und es ist das Omer. Ist da ein Pferd drauf? Nein, da ist kein Pferd drauf, aber das Omer-Armband ist halt fantastisch, muss ich sagen. Fantastischer Preis. Das kostet genauso viel wie die Uhr wahrscheinlich, oder? Ja, das kostet knapp unter 500, also ist die Frage. Na ja gut, also genau wie die Basis her. Das ist die Frage, welche Uhr du weißt? Die sind schon sehr gut diesmal, die Bänder, muss man sagen. Die MS-Bänder sind schon, die sind schon sehr gut. Also wir haben schon viele Scherze. Ich kann mich an eine Sendung erinnern, wo wir das komplette Produktportieren. Das komplette Pferdprodukt-Pferdfolio von Hermès durchgegangen sind, was sehr gut war. Aber wenn ich 84 Euro hätte. Also ich meine, es ist ein Produkt, wo du sagst, ich will jetzt einfach mal so Geld irgendwie rausschmeißen. Und dann sagst du, okay, dann kaufe ich einfach. Weil die sehen wirklich, wirklich gut aus. Und da gibt's ja auch, und genau, und dann gibt's halt die 10er Watch in dieser geschliffenen Variante. Also du hast das Titan in so einer Hochglanz-Version. Also da haben sie schon was sehr Cleveres. Du meinst von der Hermès? Ja, ja, diese Ausführung. Diese Ausführung, ja. Die Ausführung von der Series 10 in der Hermès-Ausführung und dann halt mit den verschiedenen Armbändern. Da hast du ja nochmal eine Titan-Stufe mehr dazu praktisch. Oder eine, wie soll man sagen, eine Farbvariante von Titan mehr, die es sonst nicht gibt im normalen Line-Up, glaube ich. Sie haben immer noch schlechte Armbänder zwischendrin, ja, diese Pferde. Wo macht man denn so Pferde fest und führt die? Die sehen ganz schlimm aus einfach. Aber es gibt so ein paar dazwischen, die sind echt gut, muss man sagen. Naja, dieses blaue Hermès-Band, das sieht doch genauso aus wie das Strick von dem Vision Pro. Das ist doch, der kommt doch von diesen gleichen Nähmaschinen runtergefallen. Das ist doch ein Nebenbeiprodukt, was da so rausfällt. Kann das sein, dass jetzt die, möglicherweise das, was die AirPods Max jetzt zu spät dran sind, dass vielleicht die ein oder andere Apple Watch ein bisschen zu spät dran ist oder dass das große Redesign von der Apple Watch halt auf nächstes Jahr gerutscht ist und dass die SE fehlt und so weiter, kann das vielleicht an der Vision Pro liegen. Dass halt die Teams, die das hätten machen sollen, die letzten ein, zwei Jahre verdödelt haben, mit dieser Brille zu spielen und dass das restliche Zeug halt so ein bisschen liegen geblieben ist. Den Eindruck macht es auf mich. Muss nicht sein. Vielleicht haben sie unendlich viele Mitarbeiter, aber es ist schon so ein, ich hätte erwartet, dass da schneller irgendwie mehr kommt, dass da mehr passiert. Ja, aber ich meine, also es ist natürlich dieses Jahr besonders drastisch einfach daran, dass halt die Ultra 2 einfach immer noch eine Ultra 2 ist und dann da ändert natürlich auch irgendwie die neue Farbvariante nichts. Und das macht es, glaube ich, so augenfällig und dass halt auch die SE nicht gekommen ist, die ja erwartet wurde. Und damit bleibt es halt bei diesem einen Modell, was ich auch als ein sehr positives Update jetzt empfinde, muss ich sagen, ich finde die sehr ansprechend. Ich weiß halt nicht, es ist halt sehr schwierig, wenn du die Ultra gewohnt bist, dann halt zurückzugehen zur normalen Apple Watch. Und sie haben ja einfach, ich meine, sie haben sich jetzt dazu entschieden, die wieder dünner zu machen. Und das heißt also, an der Akkulaufzeit hat sich halt praktisch nichts geändert unterm Strich. Mal sehen, wie es dann tatsächlich am Handgelenk ist und wie lang die halt durchhält. Aber von Apples, sagen wir mal, vorgeschriebenem Datenblatt ist es einfach, haben sie diese bis zu 18 Stunden und dann, das ist es halt. Okay, kann sie jetzt nochmal schneller laden, was immer extrem positiv ist. Da haben wir auch, glaube ich, schon öfters drüber gesprochen, dass das Schnellladen bei der Apple Watch ein sehr großer, wichtiger Sprung war. Und wenn sie das jetzt nochmal verbessert haben, dann ist das sicher auch wichtig. Und gerade jetzt bei der Zehner, die dann halt eben nicht auf dem Ultraniveau spielt, was den Akku angeht, da musst du halt einfach in der Lage sein, die nebenbei, wenn du dich an den Schreibtisch setzt, mal für zehn Minuten aufs Ladepad zu legen. Und dann ist die halt schon mal wieder ganz gut mit Strom versorgt. Das ist, vielleicht funktioniert das dann so ganz gut. Also ich finde sie sehr reizvoll, muss ich sagen. Und Chat Black, ich meine, da werden, ich habe die Befürchtung, dass wir furchtbare Kratzergeschichten hören werden, weil Chat Black, also wer sich da ans iPhone damals erinnert, das haben ja Leute einfach nur angeschaut. Und da waren irgendwie so riesige Kratzer von links nach rechts drin. Ja, ab Werk waren da Kratzer drin in den iPhone 5. Ja, exakt, exakt. Und ja, wer weiß, wie sie es bei der Uhr in den Griff bekommen haben. Aber es ist halt, also bei Chat Black, da war ich dann auch kurz vor. Vor dem Bestellknopf schon gelandet, ja. Und das gibt es ja in der Aluminium-Variante, nicht wahr? Ja, genau. Und Titan ist, äh... Titan weiß ich gar nicht, was da an Farben ist. Schiefer Gold Natur steht hier, also. Ja, ja, also grau, grau und irgendwie Naturgrau. Ja, okay, okay. Ja, das wird sicherlich, also bei Titan, da ist es nämlich mit dem Kratzern und so weiter, das ist ein gelöstes Problem, in Anführungszeichen, um den gängigen Begriff zu wiederholen. Aber ja, das wird interessant zu beobachten. Ich meine, sie ist halt sehr, sehr dünn, also, und Akkulaufzeit, ja, das Größte, was du dagegen machen kannst, ist, wie gesagt, das Schnellladen. Und das haben sie, dass sie das jetzt auch runtergebracht haben, das ist überhaupt so eine Geschichte, also, auch zum Beispiel Ultra bleibt ja auf dem S9-Sip. Und die neue ist auf dem S10. Ich glaube, die Unterschiede, die Apple nicht ausführt, werden überschaubar sein, weil viele Funktionen, ja, wie die Schlafgeschichten, ja auch mit dem S9-Chip zu realisieren sind. Das heißt, es gibt da auf jeden Fall gewisse Überschneidungen und nicht krasse Unterschiede, dass die Features irgendwie abschneiden würden. Also, deswegen, es fühlt sich halt falsch an, eine Ultra 2 jetzt mit einem, in Anführungszeichen, älteren Chip-Paket zu kaufen. Obwohl, ich glaube, das ist so ein bisschen auch natürlich Packaging. Also, das andere war halt letztes Jahr mit S9 beschriftet und jetzt ist es also mit S10 beschriftet. Und mal gucken, ob wir noch über irgendwelche wesentlichen Unterschiede stolpern, jetzt, wenn die ersten Reviews dann draußen sind, oder ich vermute mal nicht. Ja, Spoiler, glaube ich, ist einfach nein. Es ist natürlich trotzdem so, dass es zumindest zwei Elemente, also, ich meine, neben dem Schnellladen, also, da würde ich sagen, punktet jetzt die Series 10 gegenüber der Ultra. Weil, zumindest von dem, was, also, wir reden jetzt nur von dem, was Apple verspricht. Wir reden noch nicht von irgendwas, was wir selbst ausprobiert haben oder getestet haben oder sowas. Nur, was Apple verspricht, hast du ein besseres, schnelleres Schnellladen bei der Szene als bei der Ultra. Das ist schon mal ein Pluspunkt auf jeden Fall und ein Punkt, der jetzt für mich bei einer Kaufentscheidung eigentlich dazu, auch, aber dafür hast du natürlich bei der Ultra den deutlich besseren Akku. Es ist ein bisschen gehupft wie gesprungen. Und du hast halt diese, diese doch kleinen Display-Elemente, die sie jetzt da herausgestellt haben, ja, also, dass ich das halt irgendwie, was war jetzt jede Sekunde irgendwie halt nochmal aktualisieren kann, sodass der Sekundenzeiger, ich meine, ich muss sagen, ich benutze kein Ziffernblatt mit Sekundenzeiger, aber wenn es denn eins gäbe, was ich benutzen wollen würde, ist es natürlich nett, dass sie das jetzt irgendwie hinbekommen haben und dass es halt irgendwie von der Seite ein bisschen, ein bisschen blickwinkelfreundlicher ist. Das ist sicher sinnvoll für die Uhr. Selbst wenn du keine Sekundenzeiger auf dem Ziffernblatt hast, du hast doch Sekunden auf dem Timer, ja. Und das regt mich zum Beispiel auf, dass das, auf dem iPhone auch, dass der Timer halt keine Sekunden anzeigt, wenn er läuft, ja. Ja, ja, ja. Auf der anderen Seite, ich meine, also diese Fußnote mit dem 40% heller war auch lustig, also 40% heller, schon war in den Keynote angekündigt und dann kommt dieses Nachsatz so, Ausbetrachtung auf einem schrägen Winkel. Irgendwie so von unten auf die Uhr schaust. Ja, ja, genau. Also, das war lustig. Und du hast natürlich, also es gibt einige Features, bei der Ultra immer noch hervorstechend ist, alles was mit Schwimmen ist, ist halt besser in der Ultra. Ja, also zumindest mit Tauchen. Also ich meine, du musst schon nach unten schwimmen. Ja, oder mit hohen Geschwindigkeiten. Oder Hochgeschwindigkeits-Wassersport verschreiben. Das ist völlig wichtig. Mir ist er wichtig. Das ist völlig wichtig. Nie Jetsy oder was gefahren, aber ja, wenn ich mal sollte, dann bin ich froh, dass ich gut war. Genau, genau. Also sie haben ja, sie haben ja auch hier nochmal die Watch, die Ultra-Watch rausgezogen und gesagt, hier, das ist sehr gut für Ultra, wie sagt man hier, Iron Man, genau, Iron Man kannst du damit runterrennen mit einer Akuladung. Genau, hier GPS, sehr gut. Eigentlich völlig irrelevant. Du kannst auch so, also ich meine. Ja, der Leo rennt doch zwischen eurer Schluchten lang irgendwie, oder? Ja, ja, nee, nee, das ist nie. Also ich meine, da kann man auch drüber diskutieren, ob das Dual-Band, ob das jetzt echt so einen Unterschied macht. Also da ist wahrscheinlich der Rest von der Antennenkonstruktion ist wahrscheinlich unterm Strich wichtiger. Ich bilde mir ein, dass mir die Ultra im Vergleich zu der, was war damals aktuell, Series 8 wahrscheinlich, als die erste Ultra kam, dass sich im Vergleich zu Series 8 oder 7 oder was auch immer das damals war, dass die Tracks an den Stellen, wo es hier so ein bisschen hakelig wurde, dass ich das Gefühl hatte, dass die besser waren mit der Ultra. Aber ich habe das nie irgendwie ernsthaft überprüft, dass ich jetzt wirklich sagen würde, okay, Dual-Frequenz ist immer, also ich meine, ich würde es halt bevorzugen. Also wenn ich mir ein GPS-Gerät jetzt kaufe, das muss jetzt auch keine Watch sein oder so, würde ich eigentlich schon immer schauen, dass ich ein Dual-Frequenz-fähiges Gerät kaufe. Aber ich glaube, man kann schon das Argument führen, dass es unterm Strich ist, die Konstruktion selbst ist wichtiger als jetzt die Unterstützung für das Dual-Band. Und trotzdem ist es halt, also es ist halt schade, dass es, also ich meine andere, wenn du so im, auch bei den Radcomputern und was sich da in letzter Zeit auch wahrscheinlich, ich weiß gar nicht mehr, wie es im Moment bei Garmin aussieht, aber du wirst wahrscheinlich inzwischen auch in Preisstufen des Dual-Bands sehen, die halt preislich da angesiedelt sind, wo jetzt halt die Series 10 angesiedelt ist, also sagen wir mal 500 Euro. Und da ist es halt einfach schade, dass das so nicht ein Feature ist auf dem Datenblatt, wo du einfach so ein Häkchen dran machst und sagst, okay, ist halt mit integriert. Also ich kann dir sagen, dass beim CarPlay, wenn das iPhone irgendwo tief im Armaturenbrett versteckt ist, sowohl im BYD als auch im Mercedes, dass das GPS vom iPhone auch nicht so heiß ist, wenn es da unter mehreren Leiden Metall und Glas liegt. Und da ist es halt auch einfach vorbei. Also wenn das im BYD das Telefon nicht irgendwo auf Fahrerhöhe ist, ist da nichts mit GPS. Und im Mercedes war es zumindest, wenn man sich verfahren hat oder so, schlecht. Und auch das iPhone, das fängt an zu interpolieren, so wenn du in den Tunnel reinfährst, dann fängt der an zu raten, wo du bist. Wenn es gut geht, dann geht es gut und wenn nicht, halt nicht. Und ich habe auch in Berlin in der U-Bahn gesehen, da ist ja theoretisch eigentlich so ein bisschen iBeacon-Zeug ausgerollt, damit man in den U-Bahn-Stationen getrackt werden kann. Aber das hat diesmal irgendwie nicht richtig funktioniert. Und da müssen halt auch die Apps, also Apple selbst, glaube ich, Red auch und die andere App, die ich ausprobiert habe, hat auch angefangen zu raten, also Zeitpunkt des Einsteigens und dann sechs Minuten später sagte der jetzt, wahrscheinlich musst du jetzt aussteigen, weil er nicht weiß, wo du bist. Naja, und ansonsten keine neuen Sensoren oder irgendwas, sondern halt diese Schlafapnoe-Tracking über die Accelerometer. Dafür musst du es halt an der Hand tragen, während du schläfst. Und er muss halt gucken, ob du nachts regelmäßig atmest oder nicht. Und nach einem Monat gibt er dann die Auswertung. Also auch über viele Nächte muss er dann eben kontrollieren. Habe ich auch auf der IFA ein anderes Wearable gesehen, was das gleiche Ding machen soll, nämlich so einen smarten Ring, den du dir ansetzt, der halt auch deine Bewegung nachts trackt, darüber das Atmen erkennt und darüber Störungen beim Atmen erkennt, aber dich auch nur irgendwie Tage später dann darauf hinweist. Und es gibt, ich habe auch nachgeschaut, es gibt andere smarte Ringe und sowas, die dann versuchen, dich nachts anzutippen und zu klopfen und dich aufzuwecken, damit du weiter atmest. Das wäre halt der nächste Schritt, was aber die Apple Watch auch nicht macht, sondern die Watch warnt dich halt hinterher und sagt, mach mal was. Aber sie versucht dich nicht währenddessen aufzuwecken und irgendwie dich wieder zum Atmen zu bekommen. Ja, also ich meine, ich weiß nicht, da gibt es sicher ja auch wissenschaftliche Abhandlungen drüber, wie sinnvoll das ist, zu versuchen, dann die Personen in dem Moment halt aufzuwecken oder irgendwie durch Vibrationen dazu zu bringen, sich umzudrehen. Da gibt es, glaube ich, verschiedene Konzepte, was du da machst. Und ich bin ja absolut gar kein Experte für Schlafabnoe. Also da bitte seinen Arzt das Vertrauen zu befragen. Aber es ist halt interessant, dass das als, also ich meine, es ist ja, die Apple Watch ist ja jetzt weit davon entfernt, irgendwie die erste Smartwatch zu sein, die das als Erkennung unterstützt. Aber es ist halt interessant, weil das eben auch das zweite Element ist, wo sie darauf gepocht haben, dass sie halt endlich mal wieder eine anständige Studie gemacht haben und das halt klinisch validiert haben und das auch mit einem relativ großen, ich glaube, das war sogar in der Keynote, wurde herausgestellt, dass es mit einem besonders großen Kreis an Testpersonen für so eine Studie gemacht wurde. Weil das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Ja, da nimmst du irgendwie schicksal 20 Leute ins Schwabe, boah, und hast halt irgendwelche Ergebnisse. Also das ist, schauen wir mal, was halt rausfällt. Also ich finde es gut, dass wir das mal angehen, weil das ist wahrscheinlich was, was du eben relativ gut über einen sehr feinen Beschleunigungssensor halt messen kannst, wenn du das halt mit deinen Algorithmen sinnvoll auswertest. Und dann am Schluss natürlich, dann zwar eben erst nach diesem relativ langen Zeitraum, aber wenn natürlich Leute das dann mal spitz bekommen, die davon bis jetzt nicht wirklich was mitbekommen haben, was ja offensichtlich ein Problem gerade bei diesem spezifischen Symptom ist, unterm Strich wahrscheinlich ein guter Punkt mehr, den halt die Watch an Gesundheitsdaten bietet. Und was halt deutlich sinnvoller ist als das verdammte Blutsauerstoff, den sie jetzt in den USA sowieso seit einem Jahr deaktiviert haben und wo irgendwie unklar ist, wo die Reise hingeht und bei dem sie sich halt nie die Mühe gemacht haben, halt zu versuchen, das irgendwie ernsthaft klinisch halt zu validieren, das Zeug, was da rausfällt. Ja, ich meine, da wird es dann in ein, zwei Jahren wird es halt die entsprechenden Videos geben von Leuten, die Tim Cook geschrieben haben. Klar. Aber ist ja gut, ist ja erfreulich. Also das ist ja, ich glaube, da kannst du ja echt unterm Strich sagen. Also da ist ja echt am Schluss jeder, jede einzelne Person, die da irgendetwas ändern konnte zum Positiven an ihrer Gesundheit oder an ihrem Leben oder halt dadurch weniger beeinträchtigt wurde, weil sie halt nie gemerkt hat, dass sie halt nachts irgendwie die Atemaussätze hat. Und das scheint ja relativ einschneidend dann unter Umständen zu sein. Ich meine, wenn du halt irgendwie über Jahre schlecht schläfst, weil du das halt hast und nie richtig weißt, dass du das hast, ist das ja ein relatives Desaster. Also mal sehen, ja, da kriegen wir auch garantiert, also wenn wir da nicht in zwei Jahren irgendein Video auf einer Apple Keynote sehen, das wäre schon komisch. Ja. Ansonsten mit den Verwandtenfunktionen haben sie halt noch so ein bisschen Satelliten-Notruf ein bisschen ausgebaut, irgendwie noch Satelliten-SMS für Kanada und UK extra und ansonsten auch weiter keine Ansage, was mit Satelliten-Notruf, also bezahlungsmäßig passiert, sondern es ist weiterhin so zwei Jahre. Aber die ersten Telefone müssten doch jetzt rausfallen. Nee, die ersten haben sie ja verlängert um dieses eine Jahr. Also ich glaube, im nächsten Herbst ist wirklich, also wenn sie es dann nicht alles nochmal verlängern, müssen sie spätestens nächstes Jahr im Herbst mal mit dieser Preisliste rausrücken. Ich glaube, dann kommen einfach die Ersten zwangsläufig in diese Situation, dass diese zwei kostenlosen oder drei kostenlosen Jahre dann halt vorbei sind. Ja, bis dahin müsste auch das Starlink-Angebot, warte mal, nee, was ist jetzt hier passiert? Der irgendwen angerufen oder habe ich jemanden angerufen? Interessant. Wir, bin ich völlig aus dem Konzept, warte mal, irgendwas wollte ich noch sagen. Starlink ist dann wahrscheinlich auch. Genau, Starlink müsste dann auch so langsam, falls nicht der Chef oder irgendwas anderes abstürzt, dann müsste auch Starlink-Direct-to-Sell irgendwie zumindest in USA mal starten und wie das dann, sie haben gesagt, dass sie pro Land erstmal einen Provider nehmen, also nachdem es in USA T-Mobile ist, könnte es sein, dass sie immer da Telekom starten und dann da vielleicht den Service anbieten, wenn das dann soweit kommt. Nun gut. Nun gut.